So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist also das Montags-Update zu eFootball 2023. Aus organisatorischen Gründen muss ich es auch heute leider wieder mit Screenshots von der Handy-Version machen, aber ich denke, das ist für euch kein Problem. Wir haben einen neuen Event, den ihr spielen könnt. Spanische Liga Tour Event, heißt gegen die KI. Könnt euch hier Gaming-Points sichern. Kann man nebenbei mitnehmen, auch als Matches für den Season Pass. Ansonsten denke ich mal, nichts Spektakuläres. Ansonsten haben wir hier National Team Selection. Jetzt im Prinzip sehr, sehr gute Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler. Eine, wie ich finde, sehr, sehr gelungene Liste. Die schauen wir uns gleich auch mal detaillierter an. Mein Wunschpick, natürlich Joko Retska für meine Bayern-Best-Off-Mannschaft. Und vielleicht schafft er auch so als 95er-Spieler den Sprung in meine aller-aller-beste Mannschaft, wenn ich ihn denn ziehen würde. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz an, welche Spieler hier dabei sind. Es sind Goretzka, Milinkovic, Savic, Zielinski, Partey, McKennie, Granitschaka und Christian Eriksen. Und ich muss gestehen, den Namen des Australiers kann ich jetzt hier so nicht mehr ohne weiteres lesen. Wir haben also hier zwei, vier, sechs, acht Spieler und drei Picks. Könnt ihr euch also entsprechend euren Pick ziehen oder eure Picks. Ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich diese Listen einfach insgesamt immer sehr, sehr gelungen finde. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ich an der Konsole das Glück habe und Leon Goretzka möglicherweise ziehe. Und ansonsten, was steht noch die Woche an? Auf jeden Fall das Donnerstags-Update. Es gibt ja dann sogar den Patch 2.3. Ich werde heute mal ein bisschen forschen, ob es da schon erste Infos gibt. Da wird es dann also auch zeitnah wieder Gameplay-Video geben und welche Änderungen überhaupt von Konami angekündigt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass damit einhergeht auch möglicherweise dann schon ein neuer Season-Pass, weil der andere bis 15.12. sprich bis Donnerstag geht. Lassen wir uns da mal überraschen. Haltet die Augen offen. Gerne auch natürlich wieder auf meinem Kanal. Ich werde euch da mit Infos selbstverständlich versorgen, soweit es dort auch wieder was zu versorgen gibt. Ansonsten schaue ich, dass sich die Tage nochmal einen Livestream hinbekommen vor Weihnachten für euch mit eFootball Dream Team. Macht uns ja immer allen, denke ich mal, viel Spaß. Danke Leute. Ich verweise noch auf unseren Discord-Channel. Könnt ihr gerne beitreten, kostenlos unter dem Video verlinkt. Hab auch noch einen Zweitkanal. Würde mich auch freuen, wenn ihr dort zum kostenlosen Support ein Abo dalasst. Schaut doch da mal rein. Auch da ist der Link unter dem Video zu finden. Ansonsten euch einen guten Start in den Montag. Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und servus. Ciao, ciao.